Optradamm ist ein dreidimensionaler Kofferdamm für die absolute Trockenlegung. Durch dessen Anwendung kann die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und kontaminierten Aerosolen in der Praxis besser kontrolliert werden. Er zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Elastizität aus, bietet Patientenkomfort und hilft, den Mund des Patienten offen zu halten. Wählen Sie vor der Behandlung die geeignete Größe des Optradamm aus. Mit der Kofferdammstanze werden je nach den freizulegenden Zähnen die entsprechenden Löcher angebracht. Optradamm hat auf seiner Oberfläche Markierungen, die die Perforation vereinfachen. Eine zusätzliche Fixierung mit Klammern wird für den Seitenzahnbereich empfohlen. Das Anbringen der Klammer am Optradamm außerhalb der Behandlungsfelder erleichtert die spätere Fixierung im Mund. Für ein leichtes Einsetzen fassen Sie den flexiblen intraoralen Ring, indem Sie durch den äußeren Ring greifen. Halten Sie den intraoralen Ring zwischen Daumen und Mittelfinger und drücken ihn leicht zusammen. Danach den inneren Ring zusammendrücken, sodass sich auf beiden Seiten Flügel bilden. Platzieren Sie Optradamm zuerst in eine Seite des Mundwinkels und dann in die andere Seite. Danach positionieren Sie den Kofferdamm hinter der Unter- und Oberlippe. Wenn der Patient den Mund schließt, wird die Platzierung des Optradamm erleichtert. Um den Kofferdamm mit der Klammer richtig zu platzieren, halten Sie die Klammerzange mit der einen Hand und Optradamm mit der anderen Hand. Öffnen Sie die Backen der Klammer und gehen Sie über den Zahn, um erst loszulassen, wenn sich die Backen auf Höhe des zervikalen Drittels befinden. Bevor der Kofferdamm entfernt wird, muss jedes Septum sorgfältig durchtrennt werden. Fassen Sie mit einem Papiertuch den äußeren Ring im unteren Bereich und heben Sie diesen leicht an, sodass sich der intraurale Ring von der unteren Gingivo-Bukalfalte löst. Der intraurale Ring kann dann leicht aus der oberen Gingivo-Bukalfalte entfernt und mit dem Papiertuch hygienisch entsorgt werden. Optradamm kann auch für den Frontzahnbereich ohne Klammern verwendet werden. Die individuell gestanzten Löcher sorgen dafür, dass der Kofferdamm optimal gedehnt wird, um eine korrekte Zahnisolierung zu gewährleisten. Fixieren Sie Optradamm-Zervikal und ziehen ihn dann von Inzisal über den zu isolierenden Zahn. Gehen Sie von Mesial nach Distal vor und verwenden Sie Zahnseide, um den Kontaktpunkt zu überwinden. Falls erforderlich, stopfen Sie den Optradamm in den Gingivalen-Sulkus. Durch das Anbringen von Ligaturen mit Zahnseide wird der Kofferdamm zum Zahnfleischrand gezogen und fixiert, was für die korrekte Isolierung des Zervikalenbereichs wichtig ist. Nach der Behandlung können die Ligaturen leicht beschnitten und entfernt werden. Dann wird jedes Septum vorsichtig durchtrennt und der Kofferdamm entfernt. Optradamm – Sicherheit und Schutz für Patienten, Zahnärzte und Personal. Anwendung wird das jibe geile nicht gest posten, sondernborn in den anderen K Crowels am w groove. Ein Zahnseide wird die E-Schneide verявлена Echt auf! Entfernen bitte ab! Aber Comfort unbedingt schon und es heißt eingelebt, die sich zum Zug societiesisierde und die Strören zu arbeiten. Vielen Dank.